Dieses ETF-Depot verliert tatsächlich nie. Wir zeigen dir heute die perfekte Asset-Kombination. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir wollen uns heute mal wieder der Strategie widmen und zwar geht es heute um Sicherheit. Nein, es geht nicht um den Crash und nein, es geht auch nicht um eine Angsthasentaktik. Wir wollen einfach stabil gewinnen und am besten zu 100%. Wir wollen einfach Kontrolle haben über unser Depot und am besten nichts verlieren. Und das geht tatsächlich. Also gute Rendite bei weniger Schwankungen und möglichst wenig Verlusten und zwar gar keinen. Und deswegen werde ich euch heute ein ETF-Depot bzw. eine Strategie zeigen, mit der ihr seit 1973, jetzt nochmal aufschreiben, 1973. Jedes Jahr hättet ihr mit Gewinn abgeschlossen. Und wie das geht, das werde ich euch jetzt ganz genau zeigen. Kommen wir erstmal zum Vater der Strategie. Dahinter steckt Mep Faber. Der ist Gründer von Cambria Investment Management und der hat einige Bücher geschrieben. Zum Beispiel das hier kann ich euch nur ans Herz legen. Seine Investmentgesellschaft verwaltet nach eigener Aussage mehr als eine Milliarde Dollar schon. Und das Entscheidende daran, das Spannende an Mep Faber ist, dass er auf akademisch orientierte Anlagelösungen setzt. Und das setzt er natürlich auch in seinen Büchern um. Und ans Herz legen kann ich euch auch seine wissenschaftliche Arbeit. Die heißt ein quantitativer Ansatz zur Portfolio-Strukturierung. Und das verlinke ich euch natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Wie ihr die Strategie von Faber umsetzen könnt, das werde ich euch gleich detailliert erläutern. Und ihr kriegt auch ganz konkrete ETF-Beispiele. Also ihr könnt das dann wirklich spielerisch leicht und auch ziemlich günstig nachbauen. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Strategie. Wir wollen ja verstehen, was der Mann, der gute alte Akademiker, sich dabei gedacht hat. Und eigentlich ist das jetzt gar nicht mal so spektakulär. Einfach, aber trotzdem genial. Auf der einen Seite will er Timing mit reinnehmen. Also er ist durchaus ein Fan von Timing. Es gibt ja einige Buy-and-Hold-Fans unter euch. Aber ich werde euch gleich zeigen, warum sich das doch lohnen kann. Also Timing ist sozusagen der erste Baustein. Und der zweite Baustein ist dann aber doch dieser Sicherheitsaspekt, nämlich Diversifikation. Also er will breit gestreut sein. Und das ist diese Multi-Asset-Strategie. Also im ersten Schritt, wir gehen dann noch ein bisschen weiter. Im ersten Schritt hat man mal fünf Anlageklassen. Also er verteilt das Vermögen auf fünf verschiedene Anlageklassen. Und das wird gleichgewichtet. Das ist ganz, ganz wichtig, die erste Regel. Also erstens Timing, zweitens Multi-Asset, drittens gleichgewichtet. Also jeweils 20 Prozent verteilen wir jetzt im ersten Schritt mal theoretisch im Kopf auf fünf Anlageklassen. Und was kommt jetzt heraus bei der ganzen Sache? MEPFARBA nennt das Ganze GTAA. Und das steht für Global Tactical Asset Allocation. Und der Sinn daran ist eigentlich ganz einfach. Es geht um Zyklen. FARBA geht einfach davon aus, dass jede Anlageklasse, also wir zahlen jetzt fünf in unserem Beispiel, jede unterliegt Zyklen. Das heißt, Aktien laufen mal 10 oder 20 Jahre sehr, sehr gut und dann halt auch mal schlechter. Genauso ist es bei Immobilien oder auch bei Anleihen. Und das Ganze vertritt ja auch Ray Dalio. Er hat ja zuletzt öfter schon mal propagiert, dass Aktien nicht mehr ganz so toll laufen könnten in den kommenden Jahren. Und er hat sich ganz klar für Gold ausgesprochen. Jetzt wollen wir uns mal die fünf Anlageklassen anschauen und wie die performt haben im Durchschnitt seit 1973. Das blenden wir jetzt mal ein. Und da sehen wir, im Durchschnitt nimmt sich das alles gar nicht so viel. Da kann man jetzt natürlich sagen, ach, kann ich im Durchschnitt ja auf alles investieren. Klar, geht natürlich auch. Wir werden uns nachher noch anschauen, wie Buy and Hold abschneidet im Vergleich zu den Strategien von FARBA. Denn da gibt es jetzt nicht nur die GTAA-Strategie, die ganz herkömmliche, sondern er hat das immer noch weiter verfeinert. Und das werde ich euch gleich im Detail erklären, wie man dann Schritt für Schritt noch mehr Rendite rausholen kann. Aber wir sehen halt hier nur die Durchschnittswerte. Aber klar, wenn ich jetzt einfach 40, 50 Jahre nur in Aktien investiere, dann funktioniert das wahrscheinlich auch gut. Aber ich kann natürlich dann auch einfach die Spitzen mitnehmen, beziehungsweise dann einfach verhindern, dass ich dann auch die ganz schlechten Jahre mitnehme. Und das hat durchaus in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Und wie das genau funktioniert mit dem Timing, schauen wir uns jetzt im Detail an. Und wie funktioniert jetzt das Timing? Eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur auf die 200-Tage-Linie schauen. In der Originalstudie von FARBA müssen wir jetzt dazu sagen, da operiert er mit Indizes. Wir haben ja gerade schon zum Beispiel den S&P 500 gesehen. Wir machen das jetzt in unserem Fall dann natürlich mit den ETFs. Das ist dann einfacher, denn wenn ihr die ETFs kauft, dann schaut ihr einfach, wie die ETFs abschneiden. Und man schaut dann, notieren sie unter oder über der 200-Tage-Linie. Und das Wichtige ist jetzt ganz, ganz wichtig, man schaut immer am Monatsende. Also in der Originalstudie war das auch so, was unter dem Monat passiert, ist vollkommen wurscht. Man schaut immer, wo steht dann der ETF oder der Index im Original über oder unter der 200-Tage-Linie am Monatsende. Und wenn er über der 200-Tage-Linie ist, dann bleibt man investiert oder kauft eben. Und wenn er am Monatsende unter der 200-Tage-Linie notiert, dann wird verkauft. Und das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Immobilien nehmen, das wären jetzt 20% vom investierten Kapital. Wenn der jetzt am Monatsende unter die 200-Tage-Linie rutscht, dann verkaufen wir den 20%igen Immobilienanteil, sozusagen ETF-Anteil. Und dann wird er auf dem Tagesgeldkonto geparkt. Auch noch wichtig, also in der Originalstudie wurde er nicht auf dem Tagesgeldkonto geparkt, sondern in Treasury-Bills. Und jetzt klingt das vielleicht nach wildem Trading für einige von euch, aber das ist alles gar nicht so wild. Wir können uns jetzt mal anschauen, wie das gelaufen wäre zwischen 1973 und 2012. Da sieht man nämlich schon, dass man eigentlich meistens relativ stark investiert war. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann immer nur auf 1 setzt, dass das eine Zockerei ist, sondern zur meisten Zeit war man eigentlich sogar in 4 Asset-Klassen oder in 5 sogar investiert. Es geht einfach darum, wenn dann halt eine Mal abschmiert, dass man dann halt da rausgeht. Also das ist sozusagen der entscheidende Faktor. Und hier seht ihr ganz genau, also die Anzahl der investierten Assets, dann Anteil investiert in Prozent. Also ob man jetzt zum Beispiel halt 20 Prozent investiert war, das wäre dann nur eine Asset-Klasse. Oder halt dann 4 zu 80 Prozent oder 5, ob man sogar 100-prozentig investiert war. Und dann seht ihr die Anzahl der Monate und da erkennt ihr ganz klar, also die meiste Zeit war man schon ziemlich stark engagiert. Und jetzt werden einige sagen, das mit der 200-Tage-Linie, das ist doch ein alter Hut. Das hat früher mal funktioniert, aber spätestens, wenn es mehrere machen, dann funktioniert es halt nicht mehr. Ja, da mag schon was dran sein, vielleicht hat es früher besser funktioniert, aber es ist halt einfach wissenschaftlich schon oft getestet worden. Und es zeigt sich immer wieder, dass das ganz gut funktionieren kann, dass es halt einfach ein ganz guter Indikator ist, wenn dann mal so eine Asset-Klasse oder ein Index oder was auch immer oder auch eine Aktie natürlich, wenn sie halt dann mal drunter rutscht, dann muss das kein Indiz sein. Aber es kann natürlich schon eine Warnung sein, dass danach dann erstmal richtig krachen könnte, beziehungsweise, dass es dann halt erstmal schlechter läuft. Und was Faber nachgewiesen hat, das ist eigentlich neu, also man wusste bisher, okay, weniger Schwankung, wenn man sich dran hält und bessere Rendite. Und er hat das nicht nur für US-Aktien nachgewiesen, sondern auch für internationale Aktien und, sehr interessant, auch für Immobilienwerte. Also weniger Wohler, wenn man sich an diese 200-Tage-Linie hält und dann auch noch gleichzeitig bessere Rendite. Also das ist schon nicht das Schlechteste und jetzt kommt ein Fun-Fact hier für alle Statistiker, was Faber festgestellt hat. Also wenn der Markt unter seiner 200-Tage-Linie notiert, sind die Erträge im Durchschnitt um 60% niedriger und die Wohler um 30% höher. Jetzt gibt es eine Kritik und die ist auch berechtigt, bei zu viel Timing wird es zu teuer. Wenn ich jetzt wirklich wild hin und her trade und habe dann unterm Strich bei Buy and Holds eine Rendite von 10% und beim Timing von 10,2%, dann lohnt sich das natürlich nicht. Weil ich habe natürlich Kosten und ich habe Steuern im Zweifel auf die Gewinne, die ich dann auch noch abziehen muss. Also das ist alles nicht so einfach, aber wir wollen jetzt mal drauf schauen, wie bei Faber diese Matrix aussieht, also das Verhältnis von Haltezeit zu Rendite. Und da kriegt man schon mal einen bisschen besseren Eindruck und ich werde euch gleich noch zeigen, was ich anfangs schon versprochen habe, der Unterschied zwischen Buy and Hold und dann diesen verfeinerten Strategien. Und da erkennt man dann schon, wenn man das wirklich knallhart durchzieht, dass man da schon viel mehr rausholen kann und dass das dann durchaus auch Kosten und vielleicht mal einmal dann Steuern herschenken, dass sich das durchaus rechtfertigen lässt. Aber jetzt schauen wir hier nochmal auf diese Matrix, also unten seht ihr halt die Haltezeit und dann könnt ihr mal schauen, wie sich das auswirkt, Haltezeit und dann die daraus hervorgehende Rendite. Also die Strategie von Faber jetzt mal im ersten Schritt zusammengefasst nochmal ist ganz einfach. Ich bin breit gestreut, fünf Assetklassen, die teilweise jetzt auch nicht so miteinander korrelieren unbedingt und ich setze einfach auf ein gewisses Timing. Also ich bin eigentlich meistens investiert im Markt, auch meistens in mehreren Assetklassen, aber ich versuche halt dann, wenn dann eine mal kippt und eine mal schlechter läuft, dass ich da einfach rausgehe und dann halt mal 20% oder vielleicht auch mal sogar 40% an der Seitenlinie habe und dann parke und dann an Buffetts goldene Regel denke, verliere niemals Geld. Denn das kann richtig wehtun, also wenn ich da mal ins Minus laufe mit 50, 60, 70%, dann ist das durchaus schwer aufzuholen, auch wenn ich wirklich sehr langfristig denke. Und jetzt schauen wir mal auf die Assetklassen, wie die so performt haben und zwar nämlich über der 200-Tage-Linie und unter. Das ist jetzt der entscheidende Faktor, das können wir jetzt mal einblenden. Und da sehen wir ganz klar bei US-Aktien schon der erste Blick drauf, also oberhalb der 200-Tage-Linie sind wir schon 13,5%, unterhalb 5,5%. Also das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und was ganz extrem ist, wenn wir auch mal bei Rohstoffen schauen, hier 14,1% gegenüber nur 4,4% und ganz krass fällt es dann bei Immobilien aus. Also da sieht man, da schlägt der Zyklus eigentlich fast am härtesten zu. Also 16,4% über der 200-Tage-Linie und minus 0,4%. Also das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie viel da wirklich getradet wird. Denn einige werden sagen, oh, das passt mir nicht so ganz und ich mache doch lieber buy and hold. Also es wird gar nicht so viel hin und her geschoben. Wir hatten uns ja vorher schon diese Tabelle angeschaut und in 24 von 40 Jahren war man tatsächlich in mindestens 4 Asset-Klassen engagiert. Also es geht jetzt nicht darum, Angsthase zu sein und nach dem Motto, ich bin schlauer und ich warte auf den großen Crash und dann steige ich ein. Das wird wahrscheinlich nicht so wirklich funktionieren. Also es geht einfach darum, investiert zu sein und zu schauen, okay, wie kann ich ein bisschen optimieren. Und Faber hat wirklich eine steile These, also er nennt dieses GTAA, generiere aktienähnliche Renditen mit Anleihenrisiko. Also das ist eine steile These. Ich würde sagen, das eignet sich jetzt nicht unbedingt für die unter euch, die sagen, ich mache buy and hold und eigentlich ist mir das total wurscht. Denn da schneidet GTAA tatsächlich nur ein bisschen besser ab. Also das lohnt sich renditemäßig nicht, aber wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, also 50% Minus wie während der Finanzkrise, das halte ich auf keinen Fall aus, das will ich wirklich verhindern. Dann ist dieses GTAA genial, denn da verlierst du tatsächlich quasi nie. Also sogar während der Finanzkrise war das richtig gut, das schauen wir uns gleich noch an. GTAA ist halt wirklich genial im ersten Schritt, um Wohler zu vermeiden. Also du hast quasi keine Schwankungen oder sehr, sehr wenige. Du verlierst quasi nie Geld. Also das ist schon mal ein großes Asset und das kann man auch nochmal nachweisen. Also der S&P war tatsächlich von der Rendite her nur ein bisschen schlechter, aber hatte doppelt so viel Wohler. Und wie gesagt, während der Finanzkrise dann mal so ein Minus von 50% ist dann halt nicht ganz so schön. Also das wäre jetzt mal Level 1 für alle, die sagen, okay, das reicht mir. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert haben. Ich will eine vernünftige Strategie haben und will mein Risiko ein bisschen senken. Dann seid ihr jetzt mit im Boot. Das ist aber jetzt wirklich nur Level 1. Alle, die jetzt sagen, ein bisschen mehr Rendite und ein bisschen weniger Risiko, das ist doch langweilig. Moment, da kommt gleich noch was. Aber jetzt erst mal die 5 ETF-Vorschläge, mal wie man das leicht umsetzen könnte für sozusagen Level 1 von Mapfarber. Wir sind zufrieden damit mit ein bisschen mehr Rendite. Klar, dann müssen wir noch die Kosten und die Steuern vielleicht abziehen. Also unterm Strich werden wir wahrscheinlich den Markt jetzt nicht extrem schlagen, aber wir werden sehr viel weniger Risiko haben und werden vielleicht dann im Zweifel den ganz großen Crash dann vermeiden, weil wir dann einfach rausgehen, wenn er unter die 200-Tage-Linie fällt. Jetzt blenden wir mal die 5 ETFs ein und da sehen wir jetzt nochmal die Anlageklassen. Also den S&P 500, dann eben Bonds, Commodities, also Rohstoffe und Immobilien. Und hinten seht ihr schon grün und rot, also man sieht im Moment, wer man ziemlich stark investiert, wie es eigentlich so meistens ist, also in mindestens 4 Anlageklassen. Es wären jetzt exakt 4 und man sieht eigentlich, dass auch nur die Rohstoffe draußen wären. Also Rohstoffe, ja, da wartet man noch drauf, bis die wieder durch die Decke gehen, aber das ist natürlich die Idee. Also einige von euch haben ja auch schon gesagt, ja Rohstoffe und natürlich bei Gold, da kommen wir auch gleich noch dazu, sind einige Fans. Und das kann natürlich dann der entscheidende Faktor sein, wenn dann irgendwann mal die Rohstoffe theoretisch anziehen, über die 200-Tage-Linie gehen, dann geht man da rein und vielleicht bei den anderen dann raus. Und das ist ja sozusagen die ganze Idee dahinter. Also der Rohstoffanteil liegt momentan auf dem Tagesgeldkonto. Man kann das natürlich auch noch besser einsetzen, man kann zum Beispiel jetzt auch auf US-Staatsanleihen gehen. Das ist natürlich jetzt nicht der Oberknaller, aber zumindest würdest du im Moment damit auch noch ein bisschen Rendite abstauben. Klar, es gab auch mal bessere Zeiten, da war es natürlich viel leichter, da konnte man dann 3, 4, 5 Prozent machen. Das ist natürlich im Moment ein bisschen schwieriger, aber trotzdem, im Endeffekt ist es dann vielleicht sinnvoller, gerade wenn man jetzt der Eurozone nicht ganz so traut, dann kann man natürlich sagen, okay, ich gehe in US-Staatsanleihen, dann habe ich das Währungsrisiko auch noch ein bisschen behoben und bin dann einfach noch flexibler. Jetzt kommen wir zum Beweis, jetzt lassen wir die Hosen runter. Wie gut hat denn diese Strategie jetzt wirklich abgeschnitten und kann sie das Versprechen halten? Was ich am Anfang gegeben habe, dieses ETF-Depot verliert nie und da blenden wir uns jetzt mal die Zahlen ein. Seit 1973, also jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Zwei davon, die zwei rechten Spalten könnt ihr jetzt erstmal ignorieren, denn zu denen kommen wir gleich noch. Wir haben jetzt einfach mal Buy and Hold Multi-Asset, also das wäre jetzt Buy and Hold mit diesen fünf Anlageklassen, die wir uns jetzt schon mehrfach angeschaut haben. Und wir haben GTA 5, also das ist das, was wir jetzt bisher besprochen haben, sozusagen die einfache Variante einfach ein bisschen optimiert. Und da sehen wir schon, die jährliche Rendite, die ist tatsächlich jedes Jahr ein Plus. Nur während der Finanzkrise war sie ganz leicht im Minus, aber minus 0,6 Prozent, also das kann man gerade noch verschmerzen. Und da sieht man schon den Unterschied, bei Multi-Asset ganz normal wären es auch minus 30 Prozent gewesen. Und jetzt alle, die sagen, das ist mir wirklich nicht genug, das reicht mir nicht. Genau dasselbe hat sich Mapp Faber auch gedacht. Er wollte mehr Rendite machen, also das ist jetzt sozusagen Level 2. Er wollte mehr Rendite, hat aber gesagt, ich will aber eigentlich gleichbleibendes Risiko, eigentlich alles gleich, ich will einfach nur mehr haben. Und das geht anscheinend. Er hat das dann nämlich von fünf Anlageklassen einfach erweitert, das Spielchen auf 13 Anlageklassen. Und tada, schon stieg die Rendite. Wir haben es ja gerade in der Riesentabelle schon gesehen. Das eine war 10,5 und er hat das dann immerhin schon mal mit Fingerschnippen sozusagen von 5 auf 13 schon mal eingehoben auf mehr als 12 Prozent. Und wie setzen wir das jetzt um? Auch mit ETFs und da haben wir jetzt 12 an der Zahl. Jetzt werden einige sagen, 13 Anlageklassen sollen es doch sein. Ja, es sind nur 12, denn Small Caps US Momentum, das lässt sich jetzt mit ETFs schlecht abbilden. Also wenn ihr da einen im Angebot habt, dann gerne her damit, aber das ist ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, gut mit 12 soll es dann wahrscheinlich auch ganz gut hinkommen. Wir sehen jetzt hier eingeblendet die ganzen Kandidaten und tatsächlich wäre man momentan auch voll investiert, bis eben wieder die Rohstoffe. Jetzt ist die Frage, was ist da noch dazu gekommen? Wir sehen hier Gold, wir sehen dann US-Unternehmensanleihen und dann sowas eben wie Momentum, Value. Gerade Small Caps sind ja auch mit dabei, natürlich auch Large Caps. Und dadurch wird das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter, das muss man auch sagen. Aber es lässt sich die Rendite schon mal ein bisschen nach oben schieben und man ist natürlich auch noch breiter diversifiziert. Ist auch ganz nett jetzt, aber Faber wollte noch mehr. Jetzt kommen wir zu Level 3 und ihr habt ja oben schon gesehen, diese Rendite ganz rechts, was ich am Anfang meinte, ignoriert das erstmal, weil sonst versteht man es noch gar nicht richtig. Und da stand was von 19 Prozent. Und wie hat er das jetzt hinbekommen? Er nimmt einfach die Top 3 und zwar schaut er sich Momentum an. Also Momentum ist ja auch eine beliebte Methode. Also man guckt einfach, welche Aktien oder Indizes oder Anlageklassen sind gerade sehr gut gelaufen, welche haben Momentum und die tendieren dann einfach auch oft gerne noch zu Überrenditen. Und das ist sozusagen der Unterschied zur 200-Tage-Linie. Bei der 200-Tage-Linie vergleicht man sich ja sozusagen mit sich selber. Also die Aktie vergleicht sich einfach mit ihrer eigenen Performance. Und beim Momentum schaut man einfach, was läuft momentan besser als der Markt. Und wie ermittelt Faber jetzt diese drei Top-ETFs? Ganz einfach, er schaut wieder am Ende jedes Monats, wie gut sind die gelaufen. Und zwar nimmt er den Durchschnittswert der 1, 3, 6 und Monats-Performance eines jeden ETFs und nimmt sich dann einfach die drei Besten raus und investiert dann das gesamte Kapital ausschließlich in diese drei Top-ETFs. Aber eine Einschränkung gibt es noch. Auch diese drei Top-ETFs müssen über der 200-Tage-Linie notieren. Und jetzt kommt freilich die Frage, was sind denn momentan die drei Besten? Und mal tippen, also es ist tatsächlich Gold dabei, wäre im Moment unter den Top 3. Dann US-amerikanische Staatsanleihen und zwar die 30-Jährigen und USA Large Cap Momentum. Und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos, Leute. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich glaube, da ist jetzt für jeden was dabei. Level 2, also Level 1 für die Vorsichtigen, die einfach sagen, okay, ich will weniger Schwankungen im Depot haben. Ich habe Angst, dass beim Crash dann das Depot einfach minus 20, 30 Prozent im Minus ist und ich dann durchdrehe. Level 2 ist schon ein bisschen attraktiver, aber auch noch nicht der Oberknaller. Und dann Level 3, wo man schon wirklich eine signifikante Outperformance hat. Ich bin gespannt auf euer Feedback und ob ihr da vielleicht Lust habt, das umzusetzen. Matt Faber kann ich euch nur ans Herz legen. Der hat schon einige Bücher geschrieben, also da kann man sich durchaus einiges anlesen, gerade wenn ihr drauf steht auf Statistiken und wie man vielleicht das eine oder andere dann mal outperformen kann. Also ich bin gespannt und freue mich auf euer Feedback. Danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.